Jo, ihr seht was los ist, ne? Ich wollte das ganze Unboxing noch einmal re-uploaden, oder ich wollte es re-uploaden, so. Und dann abgelehnt Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Ja, das war ein Update zu dem Video What The Fuck. Dank für die Kommentare und Bewertungen, oder auch schon wieder einen Hater am Weg mit einstellen, oder so. Ja, ich kann natürlich weiter kommentieren, äh, ja, ich werde vielleicht das Video vielleicht etwas verändern, oder ich weiß es nicht. Ja, äh, schreibt eure Meinung dazu wieder, und ja, haut da rein. Vielen Dank.